Heihe Zwilli Hilches Zwilli, Peirik Hai! Hallo alle, wie gesagt der Heilige Ramm, beim Schmönen der Wur im Zurich haben wir Spallel und die Hizur behen wille aus Oysson. So du acht Sachen muss am Mensch darf sein nieder in die Sachen, wimm hohe Duche, koinne henas, oipsesem eng, adregata oines, oische Uwarritz, tamasoi oivirgewehn, wo Loi Usu oysson ein Ma'akven. So typisch Ma'akven sein. Das heißt, du musst nicht wieder sagen, oi, mit Ramm haben wir gesucht für eine Sache, wo es eine Ma'akven ist, aber ein, die eine, du sind acht Sachen. Amide, bedarf Stein beim Dawanen, bischasch, meine Ässere, darf mir Stein, wird neuchach am Migdash, am Mensch darf Stein beäufen, wie er ist ausgedreht, kegnen bei diesem Migdash, wird ticken ein Gif, am Mensch darf oben ausgestellt sein Gif auf der Position beäufen, wie es der passende Stein beim Dawanen, die alle Sachen wird er später maß besandt. Wir ticken am Al-Bishem zu, um die passige Kleider beschassen Dawanen. Wir ticken am Mukem. So sagen, a passige Mukem ist uns dawanen auf einen hohen Platz, oder eben an Wand darf man dawanen, warte man sehen mehr wegen dem. Was schweues ha-kohl, er soll dawanen auf der richtigen Kohl. Er soll heben seine eigenen Werte, aber von der zweiten Saad sondern Janna Maschmiyakoylo betfilussoi. Wer kriege, wie histach woe. Wir ticken auf zwei Wegen, eins heißt kriege, eins heißt histach woe. Geh er, was er sagt, wie das Stein beim Dawanen, ein-e-s-pal-el-me-imad, mit aft davonen sta-e-de-ger-heit. Bei uns darf man davonen sta-e-dig, sta-ehm postig ente-lum, wai-yamoi pynchers-va-ye-fall-e-le-l ein-am-i-de-ele-t-ville, man sieht, da's am-i-de-geil darauf auf die Pfille. Sie sta-e-it-ba-vur-me-wini, so der Bach, Das heißt, wenn einer steht beim Davon, dann bringt es mehr ein bis zur Schinne. Oder es läuft mehr Kavone. Sogt er mit dem Geburne, mit noch anderen. So bringt sie Kavone zur Tvile. Beginnt sie mit dem Stein. Heute, Jezus, bis dahin, ein Mensch sitzt auf dem Schiff oder auf der Wun. Im Juchelah mit Jammut, im Lauf, Jezus, beim Koal mit Wiespala. Heute kann sich aufstellen, es soll sich aufstellen. Das heißt, wenn man sich aufstellen, dass das Schiff führt staatlich. Es ist möglich, sich aufstellen auf ein Versichert in den Öfen. Es soll das stehen. Und heute nicht, es läuft schnell. Es ist eine Sekunde. Soll er Davon in Sitzigerheit. Heute, weiter, schäuze, mit Spalm, auf der Schäuze, weil sie doi, ein bisschen schäuze, und Davon auf der Liege, dick. Wie hier, Jezus, Juchelah, und Schäuze, das da. So sahen wir auf der Saat. Aber das ist ein Betanai, als er kann um etwas Kavone. Heute kann ich nicht mit Kavone sein, weil es an so einen Kaule, solle ich nicht mit Kavone. Und das ist damals ja auch, wenn man so hat, dass du da aufgehört, mit Steinen oder sitzen. Sogt der Wetter, wenn keiner zu, mehr Ruhe, weine, wo sie dort schäuze, oder hingere, geräuze, ein Beklal-Käulem. Und wenn man so einen Kaule hat, im Juchelah, wo ihr Kaule ist, die Kavone ist, dass ihr Spalm, heute kann er mit Kavone, und nicht muss sie essen oder trinken. Ja, aber es ist ein bisschen schwer, weil sie hinkert, sie dorst, aber es ist nicht gefährlich. Sollte Dabon und ihm lauf, alle Spalm, als ihr Juchelah wischt. Und euch nicht, sollt ihr nicht Dabon bis auf das Essen trinken. Das heißt, eine interessante Sache. Euch kennen, dass wir Dabon und sein Essen verhalten haben. Und euch, wenn es ihm schwer ist, dann können wir Hamzaam nicht nur mega Essen verhalten, sondern Rambam nicht mehr Essen verhalten, sondern alle Spalm suchen, als ihr Juchelah wischt. Das heißt, die Kieler beide Wegen. Wenn ein Mensch will, er will dafke Dabon und ihm gegessen, mega. Gott schaffele dich schwach, es ist keine Gehrein, wenn er mit dem Zand, inzirme Meile nicht so, dass er mit dem Zand, und meile, man zieht ein Dabon und Essen. Auf so viel aber, mega Jahr, er will beteueres hättet, zu essen fahren Dabon, und er ist schwach, mega ist unheimen Lamaße. In der Kieler, wenn er mit dem Zand, das ist ein Dabon und Essen verhalten, weil der Reibische soeht, wie uns die Schlacht und Achregen weg, wo es sieht, wie ein Gaius, ich bin der Zweite, als er das in den Sinn gebt, und später nicht mehr. Sogen die Beforschen-Tacke, in der Post, von dem, wenn einer schwach, mega ist, hier essen? Kein Spuset, weil viele soeht, der Rabu, und Meile, begreift nicht mehr, wenn er mit dem Zand, wenn er mit dem Zand, und Gauzri. Aber noch mehr, wie bald man sieht, als er mit Schwachkeit, Das ist die Sitzung der Geyer. Es gibt eine kleine Flüssigkeit, die wir in der Geyer haben. Zuck der Rambambater. Hier sage ich an der Bahrain. Ich sage dir auf die Bahrain. Es gibt kein Pflicht von dem, dass jemand in diesen Bremsen nicht mehr erhaut, sondern es gibt einen Moment aufzunehmen, wenn man so kann, dass du dir das, und du dir das, wie gesagt, sie schaffst du, sie schaffst du, die Gesang und du hast du, sie schaffst du, sie schaffst du, sie schaffst du, sie schaffst du, wenn er soll, er auch kommen. Die Schechen-Uro bringt an der Tamiz, weil sie tumpuscht sein Eng, er kiegt auf der Zeiger, er darf sich aufstellen. Nicht so, dass man da, wann er fuhre die Geheit, also er verliert, er ist kein Zeit, weil er darf sich aufstellen, dass ganze Türche macht das an Kopf, es nicht auf dem Platz, der Liebe, bei allem, das allein macht das eine starke Türde. Warum ist er, wenn er in der Gehe zu sitzen, in der Schmöne-Essere, wo es mir sagt, du hast, in der Eise der Zeugung kamen sitzen? Ich bin ja, wenn ich mit dem Netzki vielleicht zugegen, aber man stellt sich auf Davonen, man stellt sich auf die Karte in der Saat, und man steht auf die Davonen. Die Tren-Essere, wenn man Davonen sitzt, in der Karte, wenn man es wie ein da rausgeht, auf die Gas. Kaum koste fehlte mir, was das. Zweitens, die muss sich gut zu verleihen, ein Kitzbüter, was Davonen, in der Öffentlichkeit, ein Platz, wo es nicht vermacht. Das ist eine Schale, für sich, weil es nicht damals käme Davonen, man sieht verschiedene Plätze. Als sie durch ein Eis hat zuhörig, in der Gase, aber es geht um den Winkel, du besuchst immer mehr, weil die Iker ist da, wegen Bilbel, das ist, aber es steigt in der Winkel nicht. Aber in der Karte ist ein Unterschied. Also auch, sagt der, der, was stellt sich her an, du sollst sagen, was sie gemacht, nicht schmutzig, aber mit den Jungen zurück, das ist wie mehr mozig. In der Telefon-Butke, dort wisse du, der Telefon, wie man kann riefen, für Geld. Sie sagt, oh, ein Mensch stellt sich her an, das nicht stellt sich da, weil er sagt, wie man kann riefen, die begangen, was demnächst, dem Telefon-Company, das tut man nicht, die, weil es sagt, go, ist, geht es, lachen. Wie kitzig, die Schale kennt seine Muschel auf der Flieger, aber auf der Flieger, ein Mensch kennt Stein, da, wo er nicht mehr in den Essen. Er kennt Stein, aber wie viele Kavonen hat man, der Fakt, dass er ist ihm bequem, er fragt, dass er nicht so kann, dass er nicht mehr in den Essen, dort, ihn als Menschen halten, einen Einkommen, einen Gehen, klar, schaschne gehen, mit so viel andere Sachen. Er kennt sich mehr in der Flieger, von der Flieger. Zogt der Rambam haluche Gimmel. Neuichach amikdash kaitzah, wuss mei mit Avdavan, neuichach amikdash, hoi oehmend bechitzel uuretz, machzir punav, neuichich Eitzisruh, le-mespahlo. Hoi oehmend beuretz, gefinzich in Eitzisruh, mechaavannes punav, keneged Yerushalayim. Hoi oehmend b'Yerushalayim, mechaavann punav, keneged amikdash. Hoi oehmend bahamikdash, mechaavann punav, keneged beis koeidish hake duschen. Sieme einde wusser blind, neuichel o jugelechavannes riechhoes, adewa mahalach biswine, wusser kenne isch mechavannes nadriechhoes, wal deswine amu gaites du amu dard. Jehegavannes libe keneged aschenne, wie ispahlo. In dechovatschaim es maalsberef, a wuss takke, damp de mensch, gein an soya fassayder, oipsteiter en chitzluhretz, hatren zinezisruh. Machzir punav meintu beweis, wie adere chatschik bemachshafte, in dechovatschaim es maalsberem zinezisruh, is Yerushalayim, Yerushalayim es bese amigdish, wuss kemwannes junga, jedereine mechavannes amselben plaats. Afveren deschtais na Amerika, ergens wie in chitzluhretz, na watu plaats, hobben zin teikev de mukam amigdish, de beis koeidish hake duschen, wie dort gein darach, alle twilis, vayis palya lego, derech artsom, en se kimt darof dort, zudich of het schaim es a simmen, ametunisch, chappen kam a dreigis, mikennes springen lezala, bemanes ammizbechi, adishtais jetzna waate, ira ne dachezat, en chitzluhretz, dikens tijan amukam amigdish, dikens tich ofhaibnes, alle wehren met ein darge, gichavampuna faretses rool, adebishay neetses rool, kens toub masugas in Yerushalayim, aindebos is in Yerushalayim, ketrachno fe mukam amigdish, en azewate. Zugderam ba maluchedalet, tike da gif kajtza, wos meint amensho tike da gif, kish i oymet betfille, zurech lechaven, es raglov zi, betzat zi, medav zi, stel, ne fies eins zum anderen, aso i visu steiten je cheskel, av de maluchem, vraglajem, regel jeshure, zayr, fies zetoz vi, es is eins, beide fies zetoz, via regel achas, aso i dafanozim, via malach, ven ois in einav lamatu, keili hi mabert le ure, zveh, leboi, puni le malu, keili hi oymet, vashemayama, so sich spieren, azoi wie er steiten in himmel, imaniach, judo wa liboi, kefisen, el eik terof ein hamt, av an andren, hajemunes, al asmoeles, de rechtof de linke, du steiten du se svam, tukes adinem, de jemun, so sich magbel zan, av de smol, vw oymait, ke evad uf na raboi, ba eime, vajiru, vafach, valloi an iach, judo, al chalutzof, zon schroflang, zan hamt, zan gif, betab sazamin gaias, met a breitkeit, wussu sehtoos, vi einer, steiten saira, bequeme, pozitie, narendus, daf n stein, ba eime, vajiru, al so ibn steit, vana meelich, i zo steit, amedaf, halten de fiis, zuzamen, de minchese, luser, in sa saif, en imi, keureghaien, brengte, as me seht, as sacht, sadikem, zoekt er ote gesehn, om nisch gehalten de fiis, zuzamen, vajr, moine, es, sedike, vana wegerig, dokti, köym, keureghaien, sa, ssag, zuzamen, vajrat, av de ältere, juren, rasche, zuzug, dat, in shabas, av kif, ni, ba eis, amed, sveit, elter, is, im, ssag, zuzamen, 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 in der Erwe. Und wenn man zusammen den Fies hält, kann man das nur in der Erwe. Und wenn man es endlich hält, als die Kinder zu halten, ausgespreite Fies. Und in der Schiff des Egeres Moshe, Frau Moshe Feinstein, sucht er das, so meint er, wie weit man kann zusammenhalten, wie nicht das ist, wie soll man das zusammenhalten? Und wenn man in der Kirche steht, als von Kaddish, beschafft man zu Kaddish, darf man nicht halten den Fies zusammen, weil das trefft man nicht. Halucha hei, sucht der Amantik, in einem Al-Bischem Kai-Zaab. Man sagt, einmal Bischof, in einem Al-Bischem Kai-Zaab. Und er sagt, immer Hader. Er darf sich schein machen, mit scheinen Kleidern sich unten. Er darf sich schein machen, Er darf sich beharrven sein mit dem. Einemar ist dachwil HaShem, der Hader als Kaddish. Hader als Kaddish, meint, dass das schein kommt. Wenn er nicht mit vielem, die sind so ein Stein, die dauernden, mit, als er bei geht, wo sie zum Beispielen, so wie er hinterhert, sie nicht kann, wo er das Mensch auf einmal übermauble ist. Wenn er nicht mit dem Aufgedeckten Kopf, Diese ist gesagt, dass sie auf hault. Aber die Reise ist nicht so weit. Denn wegen der Reise dieses Chassiers in dieser Regel, dass sie in diesen Geschlecks unter die Reise gebrauchen haben, die dann auf dem Stück der Reise gebrauchen können. Und als ob sie mit der Reise begrenzt sie mit dem Weg, die wir Menschen in der Reise sind, die in der Reise beugnissen sind. Und also in der Reise der Reise sagen wir uns wissen, ob der Derech von jener Platz ist, er besteht nicht an der Gödl. Heißt das, ob er besteht ja für die Menschen, für die Melech, ist, kann man nicht an der Gödl. Wenn man in der Mischung des Masber, als Arabische Plätze, wird man nicht an der Gödl, sondern für die Melech, wird man nicht an der Gödl. Man muss sich nicht an der Gödl. Das ist eine andere Sache, wenn man die Hitz zu der Gödl, an der Siefer, eingesetzt hat man nicht an der Gödl. Einmal wegen Hitz, er sollte man nicht an der Gödl. Aber es gibt die Persoße, als jetzt alles will man sich liefends noch, man will die Gödl, das ist in der Gödl, man sollte die Gödl. Ob der Derech ist, wenn man nicht an der Gödl, wenn man nicht an der Gödl, wenn man nicht an der Gödl. Aber man weiß es manchmal, wenn die Gödl war und man nicht an der Gödl oder etwas an der Gödl, wenn man in der Gödl da eine Gödl, was deckt sie in den Fies. Aber heute hat er amalbisch, wo sie eine kurze, in den ganzen Fies aufgedeckt, in der Masse hat er eine schmatter gewesen. Aber in der Paske haben wir gesehen, dass es in heißen Ländern, da wie sie die Seidere haben geht, Mama, also wie, ja, halbe Häusen, kurze Häusen, aber ohne amalbisch, hat er amalbisch auch die Mutter gewesen, weil du sie die Seidere, die sie gehen dort. Und jeder sagt, es hat gesagt, Seidere, wenn sie nicht bringen, sie ist immer ein Mensch gegangen, mit dem blauen Hemmert, gehen sie um, ohne amalbisch Eljen. Die Menschen sind immer alle gewesen, und ich habe sie nicht gezogen, wie bald er geht der ganzen Tugazooie, du siehst malbisch Eljen, da gibt es keinen anderen Malbisch Eljen. Man muss es bringen, weil man sieht, dass es nur gesucht ist, weil alle mit der Geist sind, dass sie nicht mehr wehren wollen, aber wir sind nicht zufrieden von dem. Und auf jeden Fall, wenn man das nicht mehr legt, dass man sich eigentlich aufhört, auf jeden Fall ist mehr passend, wenn man geht mit dem Malbisch Eljen, aber man sieht, dass es ein bisschen, wenn man es hat sich tun, wenn man es nicht mehr kommt. Zeugt ihr weiter. Ich hallo, ihr könnt, dassел es nicht 죄송, wenn er ist viel zufrieden. Man muss nichts halten und lasse teuer in der Hand werden, also unser man testet. Man wisst, dass die Unterwünsche die schlimmer haben und alle Menschen gut sollen, dass es nicht auffallen sollen und sich nicht die schneiden muss. Unversch Franken Dein Land fertigt die Wille umancyustellen. Wir schauen electric ein paar Aufgaben an zu der Hand. Du weißt, was zum Und damit sie Hohje maßt erhöhnt, dass die Gezmann zu will. Die Menschen rückt etwas auf den Kopf. Auf hoher Zeit, sie tun arabische Plätze, wie man nicht den Kopf trug, sie trug, aber so ist. Im Hohje pochert sie mit der Böcke, und sie weegt nicht so viel. Er wird sich nicht so viel auf den Kopf bleiben, aber doch soll nicht auf den Kopf bleiben. Als sie passt, sie stehen für Amelie, er liegt es auf seinen Achsel. Hohje war Böcke, und sie weegt von vier Kaben in mehr, er wird uns nicht auf den Kopf geben, weil sie sterben zu tun. Wenn sie nicht so viel zu tun haben, die Menschen kommen mit allen, ohne sie zu tun haben, die sie nicht zu tun haben. Die Menschen denken, die Menschen sind ungetrekt. Die Menschen denken, dass sie mit allen und die anderen denken, dass sie alle sind, wie sie mit einem Frieden machen und das passt, sie stehen, als sie verwendet. Das ist, sie sagen, das ist gut zu tun. Also, wenn sie Menschen mit ihnen sind, und ob ein Ministerium ist nicht gut und egal mit dem Malabsch Al-Yen, dann kann man sich nicht nur ein Geschenk mal reinziehen. Und der Rambam vierte mir nicht auf die Anlage kommen. Die Menschen kommen, die die ich nicht mehr selbst verwenden, und die alle Menschen mit ihrem eigenen Al-Yen oder mit den Thalys. Hallo der Wolf! Die Kinder haben dich verdeckt, das ist das was mir besonders Situation Siege von dem Muchen. Noch jemand das an der Rambam gesagt hat, dass er sicher sein möchte, dass ihm kein Muchen zu Gruppen ist. Wir werden auch sagen, ob er ein 체kendes Wesen ist, aber du hast das Gewörende Sachen, Jetzt reden wir von der acht Sachen, wo sie nicht mehr akken. Und das ist ja, der Mensch darf stehen auf einer niedrigen Platz, weil sie steht mit einem Machen, die Ruhsie cho Hashem. In der Bekorre ist die Gemüse, die Gemüse sucht. Also, der Mensch soll nicht stehen mit einem Machen gewöhnen, wie ihr Spallo. Weil sie nur zwei Kinder nehmen. Wenn der Mensch steht auf einer höhere Platz, auf dem Möre, auf dem Scheruf fallen, fehlt ihm die Jeshua daß. Aber das ist so eine extra Sache, wenn wir bald reden von dem Machen. Aber so eine extra Ingen, nicht nur nicht beim Machen gewöhnen, aber beim Machen nur noch ein bisschen rupt sich ein. Also gibt es so, wenn der Bach, man soll sich also feiern. In Belze ist das kein Dominik, aber es stellt den Weg, dass die Baltheile steht, ein bisschen niedriger wie die andere, mit dem Machen, die Ruhsie cho Hashem. Wie jahzer Poonam in der Kössel. Als ihr auch so in Österreich haben Poonam zum Kössel, zum Wand, steht ein Pusik dort in Jeshayui, Lamet Ches. Wenn Cheskij hat gehört, dass es nicht gibt, dass er geht, dass er ein Pusik in Jeshayui Poonam ist, dass er ein Pusik in Jeshayui hat. Das ist ein Pusik in Jeshayui und das ist ein Pusik in Jeshayui. Und dann verfesehen, dass er ein Pusik in Jeshayui und das ist ein Pusik in Jeshayui Poonam. Wenn Jeshayui Poonam am Jeynis hat gedacht, dass es ein Pusik in Jeshayui Poonam kamen, Aber wenn wir 12, dass wir hier nicht mehr schlafen, dann haben wir die Schlafen. Aber wenn wir die Bache, dann kommt die Kasse, dann kommt die Fenster. Die Ramel ist auch, dass wir die Spannung machen, dass wir ein oder andere Menschen machen, dass wir die Menschen machen. Aber wir können das nicht rauskicken. 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 noch auf Schad bringt der Bach in der Schen Maria wo also hat sich gemacht die Menschen doch nur die Menschen nicht nur die Menschen zu geben auf die Augen sondern hat sich gesehen den Himmel in uns mit dem Zibrengen kann wo es hat will die Wichtigkeit vom Fenster steht wo Rambam und auf dem Fenster ist in dem Platz die die Kies mit Mischne bringt als Kennzahn das ist nur für die Juchel wo zusammen den Stieb aber wo die Kness ist wie man kommt sich zusammen zibre da und da von Schum kam Fenster so habe es zu beginnen vor den 12 aber der Rambam sucht es da von Juchel in der ma der Kais ma we baut mal lehnt das roze von Däniel und Däniel ist da Juchel in Rechach sucht das Kenzahn der Rambam hat mit da von dem Leben, der Gespahl des Udam, wo der Geist in der Bibel ist. Es ist nicht so, dass es nicht so ist, sondern es ist nur für die Zeit. Zeug die Warte der Amba, die die Geist in die Kirche, die Menschen, die die Kirche, die die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche, der Kirche, die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche. Sie gibt die Kirche, die Kirche, die Kirche. Als sie nur, die Kirche... Seht hier auch von einemлена appointeden. Die Kirche ist der Kirche. Der Kirche ist der Kirche, der Kirche ist der Kirche. Sie gibt die Kirche, die Kirche ist der Kirche. dich zwischen ihm, was er nicht geben kann, ein Kippen. Ja, sagt mal, läuft er von einem Schild zum anderen. Einer muss er gewöhnen, er wird keinmal nicht beleidigt von dem Schild, er bleibt jahrelang in einem Platz, sucht man auf ihm einen Unauf. Wir sagen, er ist ein Unauf, er wird nicht beleidigt, aber geht ihm nicht gebieten. Aber der Zlach, der Neu der Behieder sucht, er sucht auf ihm einen Unauf, weil der Schild ist, wie es möglich ist. Also ein Mensch hat schon geheiligt den Platz, er muss segeln, er soll den nächsten Tag zurückkommen und er wird noch mal auf den Platz. Aber der Zadig bekeucht viel aus, hat er ein Freund als wie er geht und wie er stellt sich davon an, wer der Platz teigen für mich hat, mit Kiddisch, er darf nicht schon mal gewöhnen. Kommt das Einer muss er gewöhnen, was er, er hält sich nicht von der Zadig, er darf Joachim den Kashiach, wenn er seine Mookum soll ihm zu helfen, ist er sieben, als er ist ein Unauf. Aber der Mase, wenn du Paskus lernst, durch die Schöne behalten, das meint nur, davon in derselbe Besmeerdrisch. Aber in der Besmeerdrisch soll er sich nicht mehr zu machen. Ich bin ein Kweaja am Mookum, aber die Däume alle anderen. Andererzungen, wenn du Paskus lernst, kann sich nicht mehr zu wissen, wenn du Paskus lernst, wenn du Paskus lernst, wenn du Paskus lernst, dann kann ich nicht mehr zu wissen, dass du Paskus lernst, wenn du Paskus lernst, wenn du Paskus lernst, wenn du Paskus is berührt, dass du Paskus lernst, dann kannst du Paskus mit ihm hin oder den Paskus lernst, wenn du Paskus lernst, dann kann es, heißt, der Heilige Ghazal zongen in Selle Kaia, Wroam, Be'ezroi. Zij warfen sich nicht mit Wertern. Er ist selten in Oostreich. Jetzt alle müssen eben, dass er mit dem Ghazal dreibisch ist, Be'ezroi, und alle müssen von Buchern zu werden, Chassanen, und von noch verschiedenen Segillen, aber solche Weise muss er mit dem Füllen. In der Mose hat er gesucht, aber mit dem Gehen in der Saat, eine Wusdam. Er ist mit dem Gehen in der Luft, nicht am Spallel. Aber mit dem Gehen, ist er schrecklich. Er ist ein Gehen, aber es ist ein Gehen, aber es ist ein Gehen, aber es ist ein Gehen, und es ist ein Gehen, aber es ist ein Gehen, weil es dort ist ein Gehen, aber es ist ein Gehen, aber es ist ein Gehen, von einem Versteigendabend. Rebelle Lappian hat das Mausberggewein, als er so wie ein Mensch hat die andere Silberwerk, wird er sein Anleigen, eine spezielle Schaffe. Er ist ein Gehen, aber es 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 ist ein Gehen, aber Menschen sind hier in einem speziellen Ort, die Sachen, die sind in seinen Augen. Wenn viele bei dir gehen, sind hier einen Platz, in der Mose, wo sie steht, in Schwurrämis, wenn er eine Melchome brecht aus, zwischen zwei Medieners. In einer Mediene ist er ihm gepanzert, er ihm genimmt mit einer starke, dicke Mauer. Man kann es nicht da noch brechen. Es ist auch die Säune, die Medienische Königin wird schießen, fallen, und wird schießen verschiedene Sachen, du ein bisschen, dort ein bisschen. Das gute Stimmte der Gehümer ist, es wird ein kleiner Loch, du ein Loch dort. Das Eidste ist, sie sollen sich nehmen und konzentrieren auf einem Platz, auf einem Winkel von der Gehümer, immer so ein Umfang herausschießen, bekehren, werchen ist, auf jedem Platz, noch eins und noch eins, alle Sorten klein sein, wo sie scheinen, zu bisschen bekennen, durchrasen, auf alle Pesche, die Pesche, als auch kleine, aber zusammen durch und durch, sie sollen bekehren sein, sie durchspalten. Wenn man geht, da, wo noch ein paar Neibisch, dann du anwand, am eisig, am eisig, am eisig, du hast so viel, du mein Minam, im Asmielam, du den Maluchen, muss einem Pealei te filoys, du brengen, er auf Juviti, te filusi, und du leider Maluchen, muss er losn, ist, du machen, ob es das Amin, aufstelle. Ich darf er sich stellen, auf einem Platz, und du schießt daran, dort auch die Gehümer, ein Platz, kevjuchel, du so den Nimschel, am steigt, in dem Mokem, im Veten, es kann, es begitüche, je seire, in das so, ist mir so, am Reibisch, das ist mir kam, wo der Twilu, am eisig, bis schieß, gedisches am Mokem, du so kevjah, am Mokem, am leitwilus, so itumat. Die Kotzkrat, am muge, zukt, kevjah, am Mokem, am leitwilus, meint, am Mensch, am muz, steigt er, in der Damend, sein Gifes, du, aber sein Koppel, sehr gezahndes, er flieht, die Zerib, seine Geschäften, er soll sagen, kevjah, am Mokem, leitwilus, so itumat, wie er da, und soll sagen, kevjah, am Mokem, du bin ich auch. Und er muss alle, kein Brun, besser, weil er muss, jeder, bis zuhause, an Twille. So, der Amman, warte, weime, spalbe, chorwe, mit, du, nicht, da, nach, nach, horwe, a, falas, ta, haske, an, alte, horwe, mit, dar, nisch, da, wane, di, gemurde, zog, ta, pur, ta, ma, wo, beto, nisch, da, wane, dar, wein, chashat, bet, kev, ma, zung, a, so, it, nisch, gite, sachen, d, dar, wuz, e, mense, nisch, 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 da, vsz, vsz, nisch, nisch, a, z성, vsz, Wenn sie sehr stark ist, sie findet sich ein Feld. Was sind so zwei Menschen? Sie finden sich ein Feld. Sie finden sich ein Feld, sie finden sich ein Feld, weil sie in der Schrieg kann sein. Und weil sie eine starke Chorve, sie verlassen die Platz, aber es ist ganz ein starkes Gebäude, sie finden sich ein Feld, sie finden sich ein Feld und alle Sachen zusammen, sie rett man sie mit. Sie finden sich ein Wort, was wir heute bei den Gnäsern tun, ist das, was ein Interabes Medrisch. Ehe, du hast kein Herz auf Puhren, weil du bei den Gnäsern tun. Das heißt, wie bald eine Dame verzehrt sich das Ruhl, wenn einer steht auf Puhren, weil du bei den Gnäsern tun, ist das ein Silsel. Wenn sie ein Interabes Medrisch sind, dann steht die Busser, die Wacherei, die Heilige Gnäsern tun. Wenn sie ungerief sind, dann sagt sie, sie ist so wie sie in der Schuhe, sie sind so wie sie in der Schuhe, sie dreht sich weg. Oder wenn sie auf Puhren, sie ist ausgedreht, sie ist mit Medrisch, das heißt, sie sind Platz in der Richtung, wie jeder eine steht. Wenn sie aus der Leiche bezahlt, wo jemand mit vielen Menschen sitzen, lebt einer, was es daamt. Oder wenn sie aus der Leiche bezahlt, wo jemand mit vielen Menschen sitzen, lebt einer, was es daamt. Und dann sagt sie, sie sind so wie sie in der Schuhe, 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 sie sind so wie sie in der Schuhe. Lusional, die es daamt, sie sind so wie sie in der Schuhe, sie sind so wie sie in der Schuhe, sie sind so wie sie in der Schuhe, sie sind so wie sie in der Schuhe. Wie heißt sie? Weil sie das geist ist, sie sind so wie sie in der Schuhe zu tun. in der Mitte. Weil er nicht die Mitte, weil er nicht die Sasse, weil er nicht die Kisse. Noch eine Sache. Du hast dich auf das Bett oder auf die Bank oder auf die Benkel. Und das meint man auch viele, dass sie wenig wieder einstuchen. Weil du gehst eine zweite Sache. Wie bald ein Mensch steht auf einer von dieser Sache ist Turet. Er hat Meure und soll nicht aufhalten. Aber meine ist nicht Gehörig mitgebracht. Oh, ich bin in den Geweye. Oh, ich sage, ich bin in den Du meinst dich, ein Mensch du hast dich auf einen zweiten Stock. Weil der Stock ist eine Sache von sich. Das ist eine Sache von sich. Das ist auch wenn du eine Bedingung gewonnen hast. Im Jezboi Arba Amas Al Arba Amas ist hier Sierabayas und du 4x4 Amas ist es eine Sache von sich. Er ist eine Sache in der Mitte des Spalaboy. Er hat mich aufgeregt auf eine hohe Platz und da wohnen dort 4x4. Wir gehen in dem Hohen mitgebracht. So ist mit Kallrich also so Afer bin ich ein bei Arba Amas Al Arba Amas mit des Spalaboy und dann ein ein Gawoy Nikar schrei Gula Kressis Na Atzmoy Es ist wie ein Kressis von sich so wie ein Mensch steht auf ein Zweite Stock und dann ist kein Problem. In sich genug steht und sind Tzadik als er zu oder nach geüilen kann Jod wohnen im bet. Oder einer steht auf hohe Platz auf a stage wo es kann die Sibber z lm her. So der Rav hat um er vro am beglell sei im juchel leiret lm to lm spal jair lm to spal lm a lm Aber es ist ein Meter, weil es ist ausgehalten, es ist alles Gedei. Aber es muss viele, wenn ein Mensch hat Arbe Ames oder es ist ein Mikaverkriez, dann kann es auch immer besser in den Dabeln. Haluche ich zu Immunen, Menschen, die arbeiten, so wie Oysel, mal luche bei Oysel Willen, oder bei Oysel Nid, weil sie auf Aschieren von Steinen, von Ziegeln, oder bei Oysel Kaisel. Wie jedes Mann hat viele, Jorden, Lamattu im Spallelen, und Chäusern, Lamelachtan. Die Dabeln ist meine Esser, und sie geht in Tricks zu der Arbeit. Ich würde schon viele Krishma kommen alleine an euch, aber von Schmene Esser darf nur mehr kaufeln, wenn ich nicht, dass wir nur ein Prostig, weil wir kommen und die Dabeln, die Dabeln, die Dabeln, die Dabeln, die Dabeln, die Dabeln kommen. Ob es ist aber ein Tirche, das ganze Dabeln kommen, wenn es ist ein Tirche, wie im Hohen über euch als Zayel, ist es über euch als der Einer, wo sie du an sagst mehr, zwagen dort, es ist schwer zu kriegen, misparleln, beim Koumen, beim Pnei, schetorchern, mir ebö. Was an sag Tirche? In dieser Guide meinen, also nimmt Länge, das Kimme und Gein, Der Balboos wird die Sache mehr schulden haben für seine Bittelsmann, wo sie nimmt, sei sie kommen, erupen, erupen, von dem Open ist, matergewinna zu sein. Immer haben sie es parallelen. Wo ist die Wunschung? Immer mit den Arbeiten. Immer die Arbeiten für die Zweite. Ich bin immer so, wenn sie auf jemandem Scherz, ich bin unter jemandem Seiger. Ich kann mich auf diese Kitzung von dem Wunschung nicht. Das ist so. Immer die Häusche müssen sie tun, bei dem Wunschung. Auch wenn sie nicht bei ihm ist passiert. Nur wenn es ein Gehörer gibt, es gibt die Müllzaten zu essen. Wir sparen die Schule, die Zwillig zu essen. Die Schule ist ein Gehöriger, so wie jeder andere Mensch. Wie bald die Baalbüse ist ein Gehöriger gehalten. Auf seine Arbeit. Ist er nicht schmakt. Ob sie da wohnen. In Mamäle kennen sie das ganze da wohnen. Und ob sie kennen, meint, dass sie dürfen. Das Mächie was zu tun. In Warte. Hoi oi. Soll es ein Gehörer gibt. So habe ich es an meinen Augen gelernt und das meine, die ersten drei, die letzten drei Gehirn, ich suche meine erste, in der Mitte lehrt nicht nur ein langer Bruch von den Augen. Ihr könnt euch ein Jahr oder eine Teile gehen, das ist ein Moment, und dann sind sie gehandelt, die Neues sind, die Eskapien, wie bald, auf dem ist der Baalbusschen, Sicher, Makbeth, Schachillik, auf welchen Augen, aber Baalbusschen war sicher nicht gewollt, dass sie zu sein, an so langer Bittel, Feen, Tichenen oder von zwei Gehens im Moment. Aber nachведen, die Pennsylvania und der Baalbusschen wohnst, Hier kann man noch die Wahrheit schauen, nicht wirklich, nicht zufrieden, nicht zufrieden, nicht zufrieden, nicht zufrieden, noch ein Jahr nachher Nachmittag, nicht zufrieden, nicht zufrieden, aber nichts zufrieden ist in der Welt, und so muss sie nicht in diesem Leben sein in één, mit dem Thema Deinem zu geben. Und es wurde die Geschichte nicht in der Welt, ohne zufrieden, nur ein Mensch zufrieden, sondern auch mit jemandem am Leben zu leben, sondern muss sie nicht in der Welt, aber es war ein Wort, dass sie es nicht in den Zeitsicht haben. immer mehr, dass sich die Leute auf der anderen Seite nicht mehr ist nicht kein Jünger, dass man hier nicht mehr auf dem Kopf ist, weil es sich nicht mehr auf dem Kopf ist, aber auch bei Menschen sind in der Heim. Man kann nicht anders, die Leute mit Kauwonen und Nodachrinnen sind, nicht mehr auf dem Kopf sind, nicht mehr auf dem Kopf sind, nicht mehr auf dem Kopf sind. Sie bringen uns beim Brieger Ruf, der Weltwürde, immer beim Kopf zu schaumen, auf dem Beide Gehirn, so ein Gedämmter so hoch auf dem Kopf, als die Menschen immer gekannt haben. Er ist ein Schoenen, die sich in Ordnung ist, dass er nicht mehr auf dem Kopf ist. Das heißt, er hat er zu tun. Das heißt, er hat er zu tun. Das heißt, er hat er zu tun. 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 Er ging und fragte ihm. Er schreit jetzt. Er hat er zu tun. Er hat er zu tun. Er hat er zu tun. Er darf nicht schreien. Er darf nicht schreien. Er darf nicht schreien. Mein Abdull ist unser Ei-Bishter, ist ein Himmel. Er findet sich in der Ruhe, aber ist ein Röiche, wo es ist, ist Joeshe, Bashemay, Mimah, aber meine, da darf man schreien, da darf man sohn auf den Köln. Von der anderen sagt, da darf man gedenken, als Stille Schmühne-Esser, kommt er zu sohn still. Verkert, von dem sucht er die Gemüse, als ich mich in der Köln bin, als ich mich in der Köln bin. Dieser Mektanayamune, er weiß, der Peskelia, der Ei-Bishter, kann ich jeden bis dort. Lemaße, als Pirizal steht, er weiß, da darf man auf den Köln, als ich Stille Schmühne-Esser, oder verkehrt, als ich mich in der Köln bin nicht hören kann. Das heißt, du an die Kinder, von der Luche, der Geheilig ist. Die Luche, der Geheilig ist, wenn man da darf man belachen, aber man darf hören abisschen. Der Zweite soll nicht hören, aber dieser ist die Heilig. Aber das ist die Heilig. Da darf man auf den Heren gehen mit. Von der Eizal steht, wenn man da darf man belachen, dass die Gezäunen nicht kennen hören soll. So, wenn man da darf man so still, als alle Menschen allein hätten. Das ist eine von der Plätze, wie Teures an Nigel, und Teures an Nister, haben sich aufgeteilt, indem man es nicht mehr um, wie die Dase an der Köln haben, wollen auch nehmen, aber da darf man ein Seier still. In der Schiefe, die Schule, von Udware, Ruf, hat er als Schiefe wegen denen, so steht in Zäura Kudisch, als Farmer stellt sich, da darf man so, wenn man er aufnehmen, der Hür von der Euren. So, ich weiß, dass kein Zand, der Luche, der Geheilig ist, wenn man da darf hören, wo sie sookt. Man darf da von uns still, man darf doch kein hören, wo sie sookt, wie die Schiefe cutter bin. Und das meine, man be mounts, wie die Schiefeлишком vorہher, wenn man halbt, In Bad Toivschimcho, wo du so der Ende, der Oostzweer, von dem Bruch, biegt man sich hoch. Ich kenne sich die Gehmeratwille. Korreia, ihr Poissaiaschule, es passiert gleich, wenn man endlich macht unsere Schule. Sof ich meine Essre, ist auch du akkrieg. Das meint, zwei in Umfang, zwei in Sof, war meidem. Und noch eins, so der Vifte, ist beim Oosttreten. Ich kenne sich Korreia, wenn wir da Oosttreten, unsere Schule. Neu sein, Schule, besmöel, atzmöel. Korreia biegt er sich zu der linken Seite, von sich. Und dann kann ich mir meine Atsma, und dann kann ich mir ein Röscher machen. Die Menschen werden alle Rüge boogen, die ganze Zeit, durch die Gehmeratwille, bis sie drei zurück. Und dann kommen die Kopf der beiden Seiten. Ich kenne sich Korreia, bei Arba Kries, Korreia, bei Burech. So wird es damals gesagt, wenn man sich Korreia biegt, bei Burech Ato Hashem. Bei Burech darf man ihm kriegen, kann ich soeke, 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 bei Hashem. Wenn man soeke dem Hashem darf man sich zusammen aufgehauen, bei dem Kopf, weil sie steht Hashem soeke aufgefiefen. Weil mit Wurm amir und behedet, da pushe der Menschen, aber kein Gugel geräumt, bei der Kille, das kann man ruchen, auf der Saft kann man ruchen. Und ein Melech, kiebe es, das ist schön, und eine mag Bire, als sie gehen, die Kopf zu verlassen. Der Melech, er biegt sich auf Umfangs von einer Essren, er bleibt aus der Rügebeuge in der Heit der ganzen Davon. Es meint wie hecher und gräser in der Geschichte, wo ein Mensch ist, als mehr ein Genue, Lüff, nach dem Hukum, darf er wasen. Ist eine, was er hätte, den Gäbennig ein bisschen, der kein Gugel noch mehr, und der Melech noch mehr. Halleuchte ein Melech, warum er noch nicht in der Schuhe hatte noch, so können wir die Gäbennig ein bisschen verlieren? Wo wirst du mit dem Hilf? Ja wo ist es die Gäbennig ein Mensch gibt, weil er ein Mensch gibt, der Pohrn wieder auf dem Hukum? Wir haben die Gäbennig ein, wenn wir die Gäbennig ein bisschen sagen. Da ist eine linke Gäbennig ist, weil wir die Gäbennig ein bisschen verknall, wie wenn es nicht in der Hukum am Aile ist. Was ist eigentlich noch für die Gäbennig? und der Koffer, der der Natur ist, und das Ende des Tages ist, dass wir uns in der Vergangenheit haben. Wenn wir uns nicht sagen, dass wir uns ein paar Gelegenheiten haben, dass wir uns ein bisschen haben. Alle Gelegenheiten von dem Gelegenheiten sollen sich ein paar Gelegenheiten Einige Menschen sind schwer, Er ist auf der Ältere, anderen ist gesund, seiwelle gemeich ist und weiß auch was er hat, und er geht an sich auf der Weg und sieht, man sieht, man sieht, dass es nicht am Bioter zu sein, man sieht, dass es ein Titus in der Kenne ist mehr, ein Geist ist, es geht nicht. Hallo, ich gebe euch. Ist das gut, Kajtzer? Wie ist das gut? 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 Er hat auf der Eltere, man sagt, dass er ein Finger mit seiner Nähe hat und der Kopf der Vierte kriegt, das meint, der Vierte macht man nach bei unserer Schule, und das kommt zurück in unserer Schule. Er hat eine Pause für den Buck und den Arzt geschäbt, was er die tägliche Weg finden, oder die Aufspanien, wenn man die Nase ausgelegt ist. Und man ist die ganze Nase gestrickt, man kommt mit dem Weg. Wenn die Nase gelten! ... sucht er jetzt also, kriege, was man gelebt bis jetzt, meint auf die Knien, muss man tit sich bieten, man biegt sich auf die Knien, in Kido Alapayam, in Kido meint, als fällt auf die Puhne, was der Zaira schwerer sagt, das heißt der Mensch bei diesem Knieter nicht, er bleibt sein ganzer Gift aufgestellt, nur er kippt darauf mit seinem Kopf, seinem Puhne, bis die Ede, was der Zaira künstliche gesagt zu machen, ich dachte, wo ihr sie pische, die Daimere gleich macht, sie nimmt sie mit L'Apuna, wo er zu, was der Leikzeichen ganzer Ruhe. Heluche, die Dallat, kishe Iyosa Nefilas Puhne, Machatpfille, wezo machmentaketachna, Nefilas Apayam, wezo zei Thesos, yyashmiishhe Iyosa Kida, yyashmiishhe Iyosa Shtachvoya. wu U'sellassas Shtachvoya alu Avunam elu bamigdash, kima sebaani behilchassavudiz kichob matounisht, auf steiner sich bikte Norem, bese Migdash. vayin Udamchushuv, Rishu, Lippa L'Apuna, maedum kan Yudaya baatzwa Nore bewaishah, yitzadakir Yoshia. Jeder sieht wie er sucht nachden. Er sagt, er sagt, er sagt, er wird nicht geämpft werden, wenn er sein Bischof ist. Nur er beweist, dass er jetzt auf dem Poenam als wie Yoshia, wenn er geprüft wird, als er geämpft hat, wird er nicht. Aber er sagt, er kann die Poenam nicht mehr. Er sagt, er steht nicht mehr. Er sagt, er hat sich nicht mehr. Er sagt, er muss die Poenam nicht mehr machen. Noch ein Sag. Er sagt, er wird ein Platz in der zweiten Platz und er soll sich auf die zweite Platz finden. Wie wird es gewesen, dass er nicht suchte, die sie auf den Poen haben? ist das Geilig von twirlen, was die Gemeintam da auf der selben Platz zu sehen? Sie sieht da nicht. Sie sieht da nicht. Warum ist hier in der Schalm? Er ist ein Problem. Als er immer ein Gehörspunkt zu stehen, ist es nur für eine Dame auf der Zyber. Alle Zyber. Und er wird nicht geämpft. Für eine Dame hat es kein Problem. Es gibt es keine Probleme. Es gibt es keine Probleme. Wie ist die Gorses? Er will ja auch auf der Zyber. Das heißt, die Ester ist nur, wenn er Titus be-Tzibber und der Zibber fällt nicht, nur wenn er fällt. Aber wenn jeder eine Zucktauf hat in den 10a Metern waren, dann kommt es auch mit ihm zu sagen. Sie sagen, dass sie den Zerbber und der Zerbber in den Jäumen nach der Zerbber und der Zerbber dürfen, Sabbat, Jan und der Zerbber und der Zerbber, und der Zerbber in den Pirem. Und in der Zerbber und der Zerbber und der Zerbber in den Zerbber, Und in der Zerbber in den Jüngsten, der Zerbber in den Zerbber und der Zerbber auf der Zerbber. zu sehen, mit seiner Schwer oder bis zu seinem Meldze gedammten an sie den Scheuwe Stiebel die werden als der Scheuwe geschüttet, der Ziege am Freitag zum Umwand in nicht gesucht Kantachnen kommen nichts in der Scheuwe, noch Plätze für Besucht nicht Kantachnen, in der Bahnkotel gefragt hat Tucheln hat er gesucht das nur ein Prima Gudem, wo es steht, als er geschüttet bei euch in Chippuse, besucht man nicht Kantachnen, besucht das Appele, er geht Chasse nun bei Nacht, in der Schachre besucht man nicht Kantachnen, fragt der Prima Gudem von uns Freitag soll man nicht stehen, dasselbe Sache er sucht es nicht, er fragt es nur bei Teures Kasche, du sollst aber stickelen mit Korfa, der ist auch nicht Kantachnen, der ist so ernst ungenehm in der Kasche, für den Prima Gudemassag hat er wartet, er ist auch gefragt, nicht Karajan, du sollst das Team mit dem Joim, du sollst nicht mit dem Joim, du sollst nicht mit dem Joim, du sollst nicht mit dem Joim, er ist auch ungewehen als Stutt, in der Geschenke sucht nicht Kantachnen dort, fragt er die Gesuchte unter der Schrift, der Schrift, der weiße Wurst, er wird uns gesucht an Tachnen, weil er wird immer wieder gehalten, dass er die Ausgabe in der Mitte Tachnen, und dann man versucht, es wird sich über die Leiche, der Geschenke sucht, der Geschenke, 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 mit dem Vernehmen, wenn man sich ein Assexamen bezorgen kann, wie wir aussehen, von dem, was sich aufgehalten hat, ob er inzupushet den Menschen ist, ob er nicht kein Scheiches mitnehmen. Le Masse, wenn man sich eine Lose bringt, hat uns eine ungefragte Sache zu gehen bei jeder Jürtzeit, die wir zu vielen sagen, man sagt nicht zu denken bei der Jürtzeit, sagt er jeden Tag ein Jahr durch Jürtzeiten von Tzadikiem, von Frieden, von Tannuem, Ameruem, eines zu sagen, nein, ich sage nur dir, nicht dir, aber was sind andere Tzadiken? Sind die andere Tzadiken, wenn ich als der Heilige weiss ich tachnen in Zaire, Jömme, die Lille, im 1. Mai, so müssen wir sich aufstellen, die alle Sachen, wir dürfen tachnen jeden Tag. Wusse ja, hat die Tzadik gewohnt, in der Stuttze, die du hast gesagt, Chassidim von Arabe, fein. In die schwierige Zeiten, noch mehr, vielleicht machen wir Assin, als wenn wir endlich geschneissen oder was man sagt, in der Tag, was man sagt, wir müssen tachnen, ist er lieb der Heilige Asin, wir sagen doch, wenn er so tachnen. Später ist er vergessen geworden der Heilige Asin, aber der ist nicht so gut geblieben. Und dann, nachher, nachher Posten, Sie haben immer gesehen, was man gemacht hat, bei dieser Stückele Eise kamen, dass man weniger zu so gut geblieben hat, was man eurer dienen, was man etwas mehr geht, für Messias Nefisch, Sachen müssen Sie nicht schleichen, so ein Freund. Sie sagen, dass man alles gut verruht, aber das, was steht in sich in Ordnung. Immer so gut geblieben. Immer so gut geblieben, wo es steht in sich in Ordnung, wie gesagt, ozere Bedämpfe, an die Hille, wo es die Mama dort an der Platz gibt, wo es jetzt, die Jöme der Lille, von der Zadig, von der Mann, von der Mann, wo es jetzt belangt, und sei, sei es ein Scheiach zu ihm, sei es ein Tag, das Diggler, geblieben, Tag, das Han Hulusoi, und verstehe mich, so als am Bekor, als Stückele nicht zu so umkantachnen.